Besonders Frauen können Energie viel besser wahrnehmen als wir Männer. Positive Energie macht dich attraktiv. Und wer sich in deiner Gegenwart wohlfühlt, wird auch gerne bleiben. Es gibt Faktoren, die man nicht kontrollieren kann. Und es gibt Faktoren, die man eben doch beeinflussen kann, die für eine dauerhafte Anziehungskraft sorgen. Nein, doch! Ich werde dir drei Eigenschaften nennen, die unheimlich wichtig sind. Ihr solltet niemals etwas ausschließlich tun, nur um einer Frau zu gefallen. Ihr müsst es für euch selber tun. Oft kann man dadurch auch beides kriegen. Like mein Video und abonniere meinen Kanal, um zukünftig keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Die erste Eigenschaft, die unheimlich wichtig ist, ist Selbstzufriedenheit. Findest du dein Leben aufregend? Du musst dich erst selbst lieben, bevor andere dich lieben können. Und du andere lieben kannst. Warum sollte jemand gerne Zeit mit einem deprimierten Mann verbringen, der ständig traurig ist und jammert? Jemand, der jeden Abend von seinem Job nach Hause kommt, worauf er eigentlich null Bock hat und dann sofort anfängt, sich auszuheulen, nur weil jemand gefragt hat, wie sein Tag war. Hier und da hat einfach jeder mal einen miesen Tag. Aber du solltest diese negative Energie niemals bei anderen Leuten auslassen. Sicherlich kannst du dich mal bei engen Freunden oder so ausheulen, wenn es dir mal richtig schlecht geht, aber das sollte kein Dauerzustand sein. Du willst ja schließlich auch nichts mit einer Frau zu tun haben, die mit ihrer Präsenz ständig eine negative Stimmung reinbringt. Du fragst sie, wie es ihr geht und sie erzählt ihr erstmal eine halbe Stunde davon, wie schlimme Bauchschmerzen sie am Morgen hatte. Und dann hat ihr Hund auf den Sofa gekackt. Und sie hat deshalb die Bahn verpasst und ist dann zu spät zu ihrem Job gekommen. Du saugst all diese negative Energie auf und fragst dich, scheiße, warum habe ich überhaupt gefragt? Warum tust du denn sowas? Wer in dieser Richtung an sich arbeiten will, dem würde ich wärmstens das Buch Der Luck Faktor von Richard Wiseman empfehlen. Übersetzt heißt es sowas wie Der Glücksfaktor. Glück ist laut seiner Aussage nur Mindset. Er hat in diesem Buch die Eigenschaften von Leuten verglichen, die viel Glück und Unglück im Leben hatten. Und jemand, der viel Glück im Leben hat, der versucht immer das Positive aus jeder Situation zu ziehen. Du vermittelst deinem Gegenüber auf diese Weise immer positive Emotionen und bist auch selber besser drauf. Denn was hast du denn davon, dich über etwas aufzuregen, was bereits passiert ist? Du kannst die Vergangenheit nicht mehr beeinflussen, die Gegenwart aber sehr wohl. Es gibt da eine weitere Sache, womit du dich konditionieren kannst, ein positiver Mensch zu werden und es ist verdammt simpel. Du musst dich regelmäßig am Tag mal auf das Hier und Jetzt fokussieren und Dankbarkeit zeigen. Einfaches Gedankenexperiment. Nimm dir mal vor, für den nächsten Monat jeden Tag zehnmal am Tag über den Tag verteilt Danke zu sagen. Egal für was. Du wachst beispielsweise morgens früh auf und bedankst dich für dein Bett, worauf du dich wundervoll ausruhen konntest. Danke für die warme Dusche. Danke für das tolle Frühstück. Eier und Speck. Lecker. Ich atme manchmal richtig schön in den Bauch ein und das entspannt mich ungemein. Danke für diese tolle Atmung in den Bauch. Danke für die Bauchatmung. Kann es sein, dass du dumm bist oder sowas? Wollen wir mal gucken, ob du nach einem Monat nicht der lebensfrohste Mensch bist, der weit und breit in deiner Gegend herumläuft. Menschen wollen Spaß haben. Ich lasse keine negativen Einflüsse in mein Leben. Solltest du auch nicht, egal ob Freunde oder Familie. Du musst da eine klare Grenze ziehen. Besonders Frauen können Energie viel besser wahrnehmen als wir Männer. Positive Energie macht dich attraktiv. Und wer sich in deiner Gegenwart wohlfühlt, wird auch gerne bleiben. Die zweite wichtige Eigenschaft ist, du musst sorgenlos gegenüber Frauen sein. Mir fällt es schwer, hier den richtigen Begriff zu finden. In anderen Videos habe ich auch schon von dem Begriff Gleichgültigkeit gesprochen. Die meisten Männer werden anhänglich. Es ist auch verdammt schwer, in einer Beziehung die richtige Balance zu finden. Du sollst sie nämlich natürlich nicht behandeln wie Luft, aber andererseits sollst du sie definitiv nicht auf ein Podest stellen und auch nicht auf ihre Spielchen reinfallen, wenn sie versucht, Chaos zu stiften. Aufmerksamkeit schenken muss immer richtig dosiert werden. Sie muss es sich immer, oder sagen wir meistens, verdienen. Wenn sie aus der Ferne riechen kann, dass du keine Optionen hast und genau das vermittelst du meistens, wenn du sie auf ein Podest stellst, verliert sie das Interesse an dir. Weniger ist immer mehr. Aufmerksamkeit lässt sich immer gut mit Treibsand vergleichen. Je mehr du gibst, je mehr du es versuchst, desto schneller wirst du sinken. Fokussier dich auf dein Leben. Wenn dir etwas nicht passt, dann trau dich ihr zu widersprechen. Sei kein Ja-Sager. So vermittelst du Frame und auch mal negative Emotionen. Richtig, Frauen lieben auch negative Emotionen. Zu Textkommunikation kann ich da auch wie immer wiederholen, immer deine Textnachrichten auf ein Minimum begrenzen. Du solltest nicht ständig erreichbar sein und auch nicht jedes Mal sofort Ja sagen, wenn sie sich mal bei dir meldet und sich mit dir treffen will. Habe ich mich klar ausgedrückt? Tut mir leid, ich habe gerade nicht zugehört. Du musst andere Prioritäten im Leben haben, die dir wichtiger sind als Frauen. Dann wirst du auch automatisch diese Eigenschaft verinnerlichen. Wenn du es richtig anstellst, werden Frauen dich sehnsüchtig sehen wollen. Und genießen Quality Time mit dir umso mehr. Der dritte Punkt. Du musst es ihr richtig besorgen können. Das ist wirklich der wichtigste Faktor. Ich erwähne es als letzten Punkt, weil ich nicht die Leute verschrecken wollte, die sich denken, ach Sexist oder so. Nein, wenn die sexuelle Chemie nicht stimmt, wird es auf Dauer einfach nicht funktionieren. Selbst wenn alles andere glatt läuft. Das ist auch wirklich kein Hexenwerk, gut im Bett zu sein. Du musst dich da einfach mal ein bisschen schlau lesen. Dieses rein und raus, wie du es in den Pornos diest, ist total ineffizient. Und ich empfehle da das Buch von Mantak Chia. Genau. Der Multi-Orgasmic Man. Im Buch findest du einen ganzen Kapitel über dieses Thema. Und ihr könnt eure Skills wirklich sehr leicht verbessern. Schlussendlich kommt es aber immer auf die Vorlieben der Frau an. Es gibt Frauen, die haben einen G-Sport. Also einen G-Punkt. Und der G-Punkt ist auch nicht bei jeder Frau am selben Punkt platziert. Manche Frauen haben auch gar keinen G-Sport. Ich kann euch auch gerne verraten, wie ich da am besten vorgehe. Ich meine, ich nehme mir sowieso kein Blatt mehr vor den Mund. Da kann man auch mal alles erzählen. Also ich persönlich, ich wage mich immer langsam ran. Und dann werde ich immer aggressiver. Also solange, bis sie vermittelt, dass es ihr zu viel wird, rammele ich sie wie ein Pferd. Ja. Erfahrungsgemäß kann ich einfach nur sagen, dass die meisten Frauen sich einen aggressiven Mann wünschen, der sie einfach hemmungslos durchnagelt. Ja, das ist wahrscheinlich eine gute Idee. Die meisten Frauen heutzutage haben ein folgendes Schema. Sie haben viele Beta-Orbiter für Ressourcen und nichtsexuelle Aufmerksamkeit. Und dann haben sie auch noch die Typen, die es ihr halt ordentlich besorgen. Wenn du schlecht im Bett bist und die zwei anderen Eigenschaften erfüllst, wird sie dich trotzdem eventuell verlassen. Alleine aus diesem Grund. Frauen reden auch untereinander sehr gerne über Bettgeschichten. Das ist total verrückt. Und glaub mir, wenn du es einer Frau richtig besorgst, wirst du plötzlich feststellen, wie wohlwollend ihre Freundinnen dich auf einmal ansehen werden. Ich habe mich schon so oft gefragt, was da eigentlich los ist und warum ihre Freundinnen mich auf einmal so angucken. Sie finden es einfach attraktiv. Und das ist ja auch ziemlich logisch. Wenn dein Mann es ihr dominant besorgt. Sie wird es dir schon mitteilen, wenn es zu weit geht. Und taste dich immer langsam ran. Du musst auch ein Weilchen durchhalten können. Nicht hier in fünf Minuten einmal losrammeln und dann kommst du direkt. Frauen brauchen meistens etwas länger, um zu kommen, als wir Männer. Ich hoffe, ich habe nicht den Eindruck vermittelt, hier irgendwie angeben zu wollen. Je nur, weil es um Sex geht. Ich will euch einfach nur vermitteln, was die Frauen wirklich wollen. Arbeitet an euch. Bis demnächst. Ciao.